Aus gemahlenem Sesam gewonnenes Tahini bietet dem menschlichen Körper mit seinen reichen Vitaminen, Mineralien und hochwertigen Ölen unglaubliche Vorteile. Wenn dieses Lebensmittel täglich einen Esslöffel verzehrt wird, verlangsamt es den Entwicklungsprozess vieler physiologischer Krankheiten. Was sind die Vorteile und Nebenwirkungen des Tahini-Konsums? Wann und wie viel sollte konsumiert werden? Lassen Sie uns gemeinsam untersuchen. Sie können unseren Kanal kostenlos abonnieren, bevor Sie zu den Vorteilen übergehen. Wir sind hier mit einem neuen informativen Video jeden Tag. Was sind die Vorteile des regelmäßigen Tahini-Konsums? Die in Tahini enthaltenen vorteilhaften Fettsäuren unterstützen das Wachstum von probiotischen Bakterien im Darm. Die darin enthaltenen antioxidativen Substanzen minimieren Darmflora-Probleme im Verdauungssystem. Dank der phenolischen Verbindungen, die Tahini seine Dichte verleihen, wird die innere Struktur des Magens geschützt und es zeigt positive Wirkungen gegen Magensäure-Probleme wie Gastritis, indem es die Säuremenge im Verdauungssystem ausgleich. Gleichzeitig ist Tahini eine Quelle der hochwertigsten ungesättigten Fettsäuren im Vergleich zu heute hergestellten Pflanzenölen. Dies hilft, den LDL-Cholesterinspiegel im Körper zu senken. Insbesondere Fettsäuren wie Omega-3 und Omega-6 wirken mit Antioxidantien zusammen und reduzieren das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es verhindert auch die Bildung von Plak in den Gefäßen und erleichtert so den normalen Blutfluss. Das darin enthaltene Kalium steuert den Wasserhaushalt im Körper. Andererseits ist Tahini sehr reich an Fettsäuren, die wichtige Funktionen haben, wie zum Beispiel den Zuckergehalt im Blut auszugleichen und die Art und Weise, wie er vom Körper verwendet wird, zu steuern. Bei Menschen mit Blutzuckerschwankungen werden nach den Mahlzeiten gebildete Zuckerpartikel unbrauchbar, indem sie unangemessene Bindungen mit Eiweißstoffen im Körper eingehen. Dieser Vorgang wird in der Medizin als Glykation bezeichnet. Tahini reduziert mit den enthaltenen hochwertigen Fettsäuren den Glykationsbildungsprozess. Es sorgt für eine langsame Aufnahme von Zucker, insbesondere im Darmgewebe. Ein Esslöffel Tahini gegen Krankheiten Tahini hat wichtige Nährstoffe wie Eisen, Kupfer und Zink. Diese Verbindungen regen nicht nur die Produktion antioxidativer Zellen an, sondern suchen auch freie Radikale im Körper und neutralisieren sie, bevor sie gesunde Zellen schädigen können. Darüber hinaus übernimmt Tahini sehr wichtige Aufgaben, um Atemprobleme wie Halsschmerzen und Bronchitis zu minimieren. Tahini für eine gesündere Gehirnstruktur Die gesunden Omega-6 und Omega-3 Fettsäuren, Magnesium und Kalium in Tahini, die das Nervengewebe im Körper heilen, steigern die Gehirnfunktionen und beugen der Bildung von psychischem Stress vor. Vitamin B-Derivate erhöhen die Leistungsfähigkeit von Zellen im Nervengewebe und übernehmen wichtige Aufgaben bei der Bildung von Myelin, das die Qualität der Gehirnfunktionen sicherstellt. Zur selben Zeit Verschiedene Mineralstoffe wie Kupfer, Kalium, Kalium und Magnesium tragen zur Erhöhung der Knochendichte bei und beugen Osteoporose vor. Der Eisengehalt und die darin enthaltenen hochwertigen Fettsäuren schützen die Knochengesundheit des Körpers. Darüber hinaus haben die Fettsäuren und Antioxidantien in seiner Struktur zellregenerierende Eigenschaften. Dies ist sehr vorteilhaft für das Haarwachstum, die Reparatur und die Hydratation. Tahini Das die Durchblutungsqualität erhöht, hilft den Haarfollikeln, qualitativ hochwertig versorgt zu werden. Tahini für eine gesündere Hautstruktur Sesam enthält viel Zink Zink unterstützt die Produktion von Kollagen, das die Haut erneuert und gesund hält. Zink, das die Haut aktiv und geschmeidig hält, bekämpft die Auswirkungen des Alterns, indem es beschädigtes Gewebe repariert. Kann Tahini also schaden? Wie viel und wann sollte es konsumiert werden? Zunächst einmal hat Tahini einen hohen Kaloriengehalt. Die darin enthaltenen starken Verbindungen bringen Tahini an die hohe Kaloriengrenze. Was kann also mit Gewichtsproblemen passieren, wenn es nicht kontrolliert konsumiert wird? Darüber hinaus kann Tahini, das einen intensiven Fettsäuregehalt hat, Magen- und Darmbeschwerden verursachen, indem es das Verdauungssystem mehr als nötig beansprucht. Auch wenn es zu viel und in kurzer Zeit konsumiert wird. Wie viel Tahini sollte also konsumiert werden? Experten empfehlen, an zwei bis drei Tagen pro Woche einen Esslöffel Tahini zu sich zu nehmen. Insbesondere in Zeiten, in denen sich der Stoffwechsel verlangsamt, das Immunsystem nachlässt und saisonale Übergänge auftreten. Im Lichte dieser Informationen können Sie Ihrer Ernährung Tahini hinzufügen und von seinen langfristigen Vorteilen profitieren. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu mögen und zu abonnieren, falls Sie ihn noch nicht abonniert haben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie informiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017